Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Fit durch den Winter. Wir sind Santiago, Alex, Kira, Kevin und wir sind vom Team Rinke BHSC. Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist bei unserer Serie Fit durch den Winter. Heute werden wir unseren Rücken trainieren. Wie auch bei unseren ganzen anderen Workouts kommt davor eine kurze Erwärmung. Leichtes Joggen auf der Stelle oder jede Übung, die du brauchst, damit dein Körper richtig warm wird für die folgenden 10 Übungen. Auch nach unserem Workout nimm dir nochmal die Zeit, dehne deinen Körper und fokussiere dich dabei auf die Körperpartien, die wir jetzt besonders trainieren werden. Auf geht's, lass uns starten! Auf geht's, lass uns starten! Auf geht's, lass uns starten! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020